Musik 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 Wollen wir alle 20 subs machen? Wie machen wir es? Alles am ersten? Nö Ich möchte nur eine Sache ganz kurz sagen Gewonnen hat der, der als erstes drei Pokale hat Wenn das Spiel zu Ende ist Werden ja auch noch Pokale verliehen für Meiste Münzen gesammelt Das ist scheißegal Machen wir 20 subs jeder 20 subs an den ersten Platz jeder Da ist jetzt die erste Kiste Oh, das ist ein gutes Geschenk Das ist wie Mario Kart, ne? Ja, im Grunde schon, Mario Party meinst du Oh Huta, danke für dein halbes Jahr Gerne, kein Problem Digga Ja, Kuss, Kuss Dankeschön Ruta für das halbe Der goldene Fahrt zeigt dir mal wo die Küste ist Achso, ne? Wart man mich? Digga, das war schon wieder falsch, ne? Was ich gerade gemacht habe Ich bin tot Ich glaube es so Und nachdem jeder dran ist Dann ist so ein Minispiel, ne? Ja, das entscheidet die Reihenfolge Und jeder kriegt dann ein Item Die ersten beiden kriegen die resten Items Ey Roat, ist es jetzt sinnvoll wenn ich da rechts gehe Weil ich doch vom Mund jetzt irgendwas abdrücken muss, ne? Ja, geh rechts Bro, das ist ja heftig Okay Und Eli, du brauchst 30 Schlüssel um eine Kiste zu öffnen Und wer drei Küsten öffnen hat gewonnen 100 Subs? Äh, 20 Subs? Ja Ich bin vierter und hab 32 Schlüssel Und hab 22 Was hab ich 22? Geht mal noch mal raus? Bro, es fängt jetzt gerade an Geh rechts, ist easy Okay Wir können jetzt Minispiel, ne? Geht ihr auf die Seite Geht ihr auf die Seite mäßig, wo ihr denkt Okay, da würde ich alleine hingehen Wenn zwei Leute hingehen, geht dieser Weg kaputt Und dann kriegt ihr keine Schlüssel Wer am Ende am meisten Schlüssel hat, mäßig gewonnen Lest euch doch einfach unten die Beschreibung durch Da steht doch bei Anleitung Okay, okay, okay Chat Aber ohne Reden, ne? Ohne Reden, natürlich, Digga Ey, welcher Dummkopf, Mann Man, Digga Ja, das ist ja random, das ist sehr random Okay, wir bleiben ruhig Cool Man, Digga Ja Cool, cool, cool Komm, 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 komm Oh nein, Willi Ja, Digga, ich hab gedacht, wir machen fliegenden Wechsel Ich bin gierig Ja, Digga Ohne Sinn, ey Also real Pakete kriegt er auch noch Ist denn so Tassus, wo redest du? Winnie getroffen 1-0 Er ist der Beste Gut Ich brauche Handicap Das ist, wer ist, das ist Roat Roat ist das, ja So, okay Stark, stark, stark Okay Hm Was halten diese Symbole? Rechts, was ist links? Wenn er links geht Kriegroy hat Schlüssel Genau Und rechts hätte er ein Geschenk bekommen Ich wäre an seiner Stelle rechts gegangen Er kann in der nächsten Runde die Kiste holen Also das ist schon schlau gewesen Die Gallas haben zu gewinnen sieben Okay Er geht auf das große Geschenk Das ist eigentlich ganz gut Wo kann ich mir angucken? Geh, 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 geh nach links Geh nach links Ja, links ist echt noch geschlossen Hier? No cap, ja Ach Digga, scheiß drauf Digga Das ist auf jeden Fall links, Bro Von mir aus ist es noch links Nice links, Bruder Nice links, Bruder Nice links, Bruder 63, guckt es euch an Digga, bin ich dumm oder was? Ach, scheiße 55 ist schade Ja, mein Miner ist kaputt Yes Yes Ich hab den Flow Ich hab den Flow Scheiße Ich hab den Flow Ich hab den Flow Ich hab so ne glämschige Hand Digga, du hast den Blau Du hast den Hellblau Ich Na, mach ich weg Ist okay Oh, was bin ich? Warte mal erstmal Ah, Nummer 2 ist in Ordnung Ich kann das Spiel einfach nicht, Digga Das geht nicht Aber Roh hat nur Scheißgeschenk bekommen das in Ordnung Das Beste ist dieses Teleportieren, oder? Na, theoretisch gesehen auch Geschenk Ah, stimmt Aber das ist 50-50 Das ist ein Nuttensohn-Spiel, heftig Das ist ein Nuttensohn-Spiel Das ist ein Nuttensohn-Spiel Achso, warum, Bro, was los? Er kriegt das Geschenk nicht Okay Okay Oh, jetzt lass mal kurz gucken Okay Warum genau auf mich? Ah, cool Ich geh zur Seite, schlau Eins Man Achso, okay Das ist ein Schwanzspiel Nice Richtig und richtig Und er hat jetzt eine Krone total Ja, mäßig Du musst jetzt alles, was du hast auf ihn schmeißen Weil er hat ja jetzt eine Krone Das stimmt gar nicht, Digga Ich will nur ablenken Ich bin die kleinste Gefahr, weil ich nur 15 Schlüssel hab Ja, guck mal Wenn du jetzt schon mit diesem Fitna-Film anfängst Bleib mal ruhig Was ist das jetzt hier? Rot? Das ist das Tamponwasser Wenn da jetzt jemand rein, du kriegst jetzt Schaden nächste Runde Nee, gar nicht Jetzt bist du schon tot Minus 13 Du bist tot, Digga Haha, ja Also quasi Elisa in den Start geht eigentlich nicht schlechter, oder? Nee, viel schlechter geht nicht, ne Rechts geht immer den goldenen Dings Ja, jetzt kriegst du auch ein Geschenk, Digga Das ist gut Zack, Bob guckst du an Oh, das ist sehr gut Aha Wenn du dieses Geschenk suchst, hast du drei Möglichkeiten Entweder du kommst zur Kiste direkt Oder du musst eine Runde aussitzen Oder du darfst das Game entscheiden Achso, okay Willst du mal erklären? Du musst dir die Beute schnappen Je mehr du dir schnappst, desto langsamer bist du Und du musst es auf die andere Seite bringen Und lass sie dich vom Auto überfahren Digga, Drecksspiel Ja, Drecksspiel, Digga Mach doch die Augen auf, du Nutten Ich bin so ein guter Dieb Komm mal, 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 komm mal hier Z, ich bin der Grüne mit dem Tampon Und jetzt geh gerade durch Mach mich da Mach noch einmal, noch einmal Wurzel noch einmal Hey, geh nicht Bring, bring, bring Oh mein Gott Okay, ne Aber ich bin trotzdem erster Lektor Andere, dritte Lektor Digga, was für ein Scheiß Geschenk ich bekommen hab, Mann, ey Hä, wo ist mein Geschenk hin? Hast du doch da Schwarz, schwarz, schwarz Du Schwanz Let's go, baby So ein Drecksgame Und du musst jetzt aussetzen, oder? Ja, äh, er muss aussetzen Das stimmt Kann ich bestätigen Relativ simpel Hm, gut, okay Kriegt er jetzt keinen Schaden? Doch, nächste Runde, nächste Runde erst Okay Warum hab ich nur 25 Münzen überhaupt? Oder Schlüssel? Was heißt diese 30 in grün? Leben, dein Leben Dein Leben Das hier, was wird das hier? Ach Digga, aber das ist doch auch scheiße Ich hab ein krass Gefecht auch, oder? Du musst doch mal gucken, wo drin das Das ist ein Logik-Spiel Und jetzt kommt mein Moment Wie wählt man das aus? Bruder, wo bin ich denn? Und wie drehe ich das? 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 Wie drehe ich denn das, äh, das Puzzle? Oh, rede! Digga, mit Kuh Mit Kuh Was für ein Kuh? Digga, ich weiß nicht, wie ich's drehe Ah, mit Viereck Mit Viereck Äh, Bruder, was ist das hier für eine Scheiße? Ja, jetzt hab ich's auch gecheckt Was ist denn das für eine Scheiße hier? Was ist das? Ja, doch Ne, irgendwie Irgendwie Let's go Digga, ich komm mit dem Menü gar nicht klar, Digga Mit dem drehen, Alter Irgendwas ist das hier halt, ne? Irgendwie ist das hier Ja, bei mir auch, ganz komisch Digga Ich hab's Spielvollspiel verstanden Aber auch schwer zu verstehen Abgesprungen Boah, Bruder, wieder ein guter Tampon, Alter Sehr gut Was wird das? Eingriefen Aber Monte, guck mal, er kann sich jetzt keine Schlü- Er kann sich die Kiste nicht kaufen Nein, er kann ich nicht So, und jetzt? Ja, Scheiße Muss ich nicht verlieren Ein Geld Ein Geld Ja, Digga, das ist so schlechtes Spiel Sehr gut Zeig mal Nice, nice, nice Moima ist ja endlich angekommen Du kannst aussuchen, was, also wenn jemand auf dieses Feld kommt, ob du ihn ähm Nimm Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel Schlüssel, Schlüssel Immer Schlüssel Ja, Minas 15, Digga, hab noch 8 AP Er nimmt wieder, dass du die Klinge fällt, Digga Ach, Digga, das ist doch aber auch scheiße Als erstes, Digga Und wieder tot, Digga Das ist doch auch scheiße, Digga Bruder, ich hab noch nie jemanden so gesehen, der so durchgerackt worden ist in dem Spiel, Mann Hä? Bruder, ich hasse dieses Game So was kann ich tun So was kann ich tun Ihr müsst die Dinger nicht einsammeln, ihr könnt doch einen skippen, aber dann habt ihr halt am Ende Ich seh nicht nur, welcher ich bin Ich auch nicht Irgendwie hat denselben Umhang, Alter, das nervt Oh, ich find's gut Ich bin Harry Potter Wo bin ich? Huah Ui Keiner Weisen Digga, ey Seh mich nicht Ach, ich bin tot Bruder, ey Das ist so dämig, das Spiel Das ist aber ein geiles Spiel Das ist ein geiles Spiel Er fliegt gegen Stein, Digga Macht Feierabend Bringt jetzt auch nichts mehr, Digga Was ist Gott für ein Schwitzer? Das wäre so schön das Spiel, wenn die Gegner ein wenig unsichtbar sind, Digga Das ist so verwirrend, der eine ist fast blau und hat meinen Umhang, Alter Zeig's doch Autsch Und weg Autsch Boah, ist das ein Stinkstiefel Ist das ein Stinkstiefel Ist das ein Stinkstiefel Was kann ich machen? Ich muss zur Kiste Warum nimmst du nicht den Teleport, teleportierst du dich mit mir? Jetzt verstehe Weil ich dann nicht in die Kiste komme, Bro Ist das so? Nein, ich schaff's direkt, Digga Genau eine 6 Kisser Hat jetzt Ohr Den, 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 den Er hat Faust, Digga Oh, der wird in deinen Arschloch Heule um die Sau In dein Arschloch Boah Minus 30 Boah Er kommt dann in die Kiste, wir müssen ihn ficken Also er hat genug Schüsse für die Kiste Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Drei Kisten Das ist doch, Digga Achso, ja, ich verzerr, Digga Oh, okay, nimm mich auch, Digga Oh, nein, dieses Drecksgame, Digga Oh, es ist laut Wo bin ich? Oh, da oben, Digga Ich hab'n gutes Feld, oder? Ich mach' Meter, ich mach' Meter, ich mach' Meter, ich mach' Meter Ja, Bruder, schon am Arsch So dämlich gemacht, das Game Nee, doch nicht, Digga Oh, hier ein glasisch Meter Ist eigentlich fast gut sogar Aber das wird nicht reichen, Digga Glaub' ich Gerade auf hart wird das nicht reichen, glaub' ich Glaub' ich Nee, meins reicht definitiv nicht Nee, meins reicht definitiv nicht Was ist das, Digga? Digga, es ist so ein Schwanzspiel, ne? Digga, es ist so ein Schwanzspiel, ne? Digga, es ist so ein Schwanzspiel Es ist so ein Kackgame Digga, ich hab'n ja unnormal Ich hab' gewonnen, ich bin der Beste In diesen Spiels zählt nur Skillchats Und was hab' ich jetzt bekommen? Du musst den Monte ficken, Digga, sonst kommt er den zweiten Dings Ich hab' sechs Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Aha! Zack, Bob, oh Nochmal, Klazo, dreckiger Kaktus Nimm mal deine Schlüssel Und zack Und ne Pumpe Schrotfilter im Nahkampf Einen Schuss Ich bin doch gegen mal Hilfe, Widerne, also So schmeckt sich das an Hey, wohin mit dir? Ähm Weg vom Geschenk, Digga Du hast ein Teleport Du kannst die nächste Runde mit mir teleportieren Wer ist selber vor der Kiste Hast du jetzt die Schlüssel, kannst du die holen Boah Du musst die Krone sogar nicht möglich behalten Und kannst andere schlagen Wer die kleine Zeitwette 5 Giftshaus mehr mehr Punkte macht? Schnell? Ja, nein Wo bin ich denn? Ich kann nicht... Oh mein Gott Ach, guck mal, man ist dann angenockt Digga Ich hab' gerade gesagt, Digga Hallo Wieso werde ich immer angenockt? Weiß dich immer auch Ja, du bist doch ein Schwanz Ja, wie gut's rot Spielen gegeneinander Scheiße, ne? Na ja, alle gegen alle, Digga Macht keinen Sinn, wenn ihr euch untereinander haut Wenn einer ne Krone hat Mann Digga, er haut mich Ich bin der Tiger Ich hab dich grad gar nicht gehauen Du haust mich Ich brauch mich zu hauen Du Schwanz, Digga Warum ist mein Controller so lahmarschig Leider? Digga, ich hab das Gefühl Ich krieg die ganze Zeit auf Hauen Das ist er haut nicht Ich auch, er haut nicht, Digga Bei mir auch Digga Weißt du was Scheiße wäre? Wenn ich morgen ungefähr in sieben Stunden auf dem Fußballplatz stehen würde Morgen 14 Uhr Training ist Scheiße Vielleicht auch mal zwei Trainingseinheiten am Tag Patrick Löckner, vielleicht auch mal auf zwei gehen Vielleicht auch mal erhöhen Jungs, ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass Rowhead jetzt 40 Schlüssel hat Und theoretisch gesehen die nächste Kiste bekommen kann Zehn Kilometer entfernt Du bist auch wieder da Bei mir war auch zehn Kilometer entfernt Du hast mich grad attackiert, du Schwanz Sehr doof Genau in der selben Position Lass man machen Der Nächste, der jemanden beleidigt, kriegt von ihm zehn Gifts ab Mal gucken, wer es ist Das geh ich auf gar keinen Fall ein Geh rechts, 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 dann kommst du auf Geschenk Nice, ein Penis Und den mag ich den Emoji Ja, den mag er tatsächlich So, und einfach mal hoch da Ja Jungs, das ist doch kacke Das ist gut Hast du doch ein Geschenk bekommen Ja, 54 Und ab der nächsten Runde mach ich den Spiel Das ist der letzte Platz auch noch belohnt Boah Nein, Digga, bodenloses Spiel Lass ich das dir aus wie Bock nehmen Äh, ja, schießen, Digga Einfach schießen Gib mir mal Bumm Die senden sie Hilfe Sag doch bodenlos Ausrufezeichen Taktik Fehl bei Rowhead Du Schwanzkopf Du bist ein kleiner Schwanz Digga, sind hier auch Waffen oder? Kann ich denn zielen? Ha 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 Ja, hab ich gespawntrapt Digga, ich spawn' einfach keine Waffen Digga, ich spawn' einfach keine Waffen Digga, ich hasse ja dieses Spiel Digga, Digga, Dreck Oder hier spawn' keine Waffen Kann ich nachlassen? Ich hasse dieses Game Ich hasse dieses Game Ich hoffe jetzt hier oben noch Kann man uns leiden? Es kommt aber auch keine Waffe unten Ah Er wollte mich gar nicht treffen Ach nee, ne Lass mich doch Nein Digga, ich hasse das Spiel Nein Digga, ich hasse das Spiel Nein Digga, ich hasse das Spiel Digga, weil ich das beste Aim habe, Leute Mein Gott Digga Digga Jetzt will ich mein, äh Jetzt mach ich das mit mein Geschenk, ne? Entweder kommt schwarze Äh, benutzen einfach Aber war nicht Hoffentlich schwarze Loch Bitte, 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 bitte Bitte Schwarze Loch Ja 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 War auch nicht so schlau, sag ich dir ehrlich, Eli Warum? Weil du hättest oben noch dieses fette Ding mitnehmen können, weißt du? Soll ich dir sagen, was schlau ist, äh, Rudi? Das, was ich jetzt mach Hey, guck mal Wer nennt sich meine Rakete? 1,6,1,8 Digga, was für ein Schmutz, Alter Ey, Mon hat so viele Schüsse, bitte fickt ihn Digga, so ein Quatsch Da ist sich nur dieses Schmutz eintempel gekommen, Mann Mach mal eine Eins Nee, ich mach jetzt erstmal Ich kann nicht, man kann nicht sehen, was derjenige würfelt, ne? Wenn du genau auf seinen Kopf machst, dann kriegt er sogar mehr Schaden Ein bisschen nach rechts und jetzt Genau so Das ist es Ja, aber schlau, bring mich nicht um, Digga Mann Schutzgeld Für mich Ey, ich werf nur 2, das ist doch nicht normal Ich hab einen Buck Jetzt auf den letzten Ist kacke Nee, ist super Holsch weiter Holsch weiter Ja, du bist hässlich Oh, 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 oh Das ist jetzt echt scheiße Oh Ja, und das ist es Oh, Mann, Digga Da hat der Renner reingeschissen Okay, Banane und Ich sag, nix an Oh, oh Hä? 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 Was? Ja, ja, ja Schlau Schlau Ja, ja Das ist sehr, sehr gefährlich Besser als Eli Geller Hey, Digga Overall bist du letzter, du Loser Ich höre nix, ich sehe nix Machen wir eine kleine private Wette Ich höre nix, ich sehe nix Ist der doof Wir beide, der Verlierer von uns muss den ersten nicht geben Also man übernimmt von den anderen Okay Mach auch mit Ich hab da was Ey, fick ihn, ihr müsst ihn ficken jetzt Wenn ihr nicht fickt, dann wär ich sauer Ihr müsst ihn jetzt ficken Wie, dann muss der, dann verliert einer 300 Euro oder was? Ja Machst du einmal ausrufen, ist einmal zum Prime bei dir Ich würd's ganz zu schlechtern im Spiel Ich würd's nur gegen die Machen Noch schlechter ist Da ist er auch so Wenn ich mir die Schlüssel halt Oh Aua Oh, die gehen an mich die Schlüssel, ne? Hasar Bissin Hasar Was wird das hier? Roter Tampon Und wer ist da noch drinnen? Hoat Ohne Sinne Das schmeckt ihm gar nicht Das schmeckt ihm gar nicht, Chat Guck mal jetzt, 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 guck mal jetzt Digga, ist doch scheiße Das ist aber bonenlos, dreimal hintereinander, Leute Digga, das ist doch fucked Ich hab zweimal, zweimal Nein Oh, nö. Nö. Oh, nö, nö. Nö. Willi tot, oh oh. Autsch. Deswegen bist du Top-Hässlichster aus Hamburg. Willi, wie der Letzter? Ich komm gar nicht aus Hamburg. Ja, aus deinem Dorf, da sind nur Hässlich, wenn du bist der Hässlichste. Ja! Oh ja, jetzt gib mir n Dings Automaten. Fittin, komm, bitte klopp dir mal was drüber. Der hat, der hat, ähm... Egal, was er macht, der kann mich nicht töten. Ist mir egal. Natürlich, Digga, mit der Shotgun und der Faust ist er tot. Und das ist es. Nimm die Schrotfinde. Nimm die Schrotfinde, Schrotfinde, Schrotfinde. Ah! Ja, wenn der Scheiße ist. Bruder, wie kann man so ein Festtag sein? Ach, Mann, Digga. Oh, nee, Digga. Ich hab ein fotografisches Gedächtnis. Ich hab ein fotografisches Gedächtnis. Ich hab ein hässlich. Ja, Digga, raus raus. Achso, man wird wieder gespawnt. Ja, ja. Bin nach links. Nein! Mann, Digga. Er kennt den Vic auswendig. Oh mein Gott. Ah! Er ist so gut, Digga. Er ist so gut in dem Spiel. Oh, Willi auf den letzten, ne? Ja, du bist so krass. Du doch auf, Digga. Also, das ist jetzt so eine Kacke. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir machen weiter. Das ist ein wichtiger Zug. Was hast du vor, Digga? Was hast du denn? Was hast du denn das? Jetzt weg? Das ist so dumm von ihm gemacht, Digga. Ich bin dummig. Wacht das auf mich? Ich bin tot. Nein. Ich bin dritter! Ich bin dritter! Hast du... Wieso hast du Sidney getötet, Digga? Du bist so verloren, Junge. Damit du dich nicht teleporten kannst, weil es ja nicht vorgehe des Dings. Sidney, der Bré. Ich bin dritter, Jud. Es geht ja wieder runter. Warum hast du das gemacht, Digga? Weil ich... Weil du dich nicht... Ja, aber es hätte doch mehr Sinn gemacht. Hättest du mir die Hoffnung gegeben. Ich hätte mich teleportiert. Und danach hättest du mich getötet. Kann ich hier drin einen Magneten benutzen? Oder eine Bundle? Ja, aber da hättest du dich auch vielleicht... Ja, Mann. Wie bitte? Aber Sidney, ich hab nur 51. Mir teleportiert. Das war schon schlau. Monta 53. Ich glaube, an der Stelle, ich hätte einfach gewürfelt, Digga. Oh, yes. Oh. Muss ich sagen, glaube ich. Aber schwierig. Schwierig. Ich hätte jetzt eine 7 bekommen. Komm, ich hätte jetzt die Schlüsse da einnehmen können. Und dann hättest du dich auch wieder teleportet, weißt du? Ähm, ja, das stimmt. Aber ich muss sagen. Wie macht Eschbrock? Er war eine Zwick-Medophine. Ja, das dumm nehme ich zurück. Sorry, mein Fehler habe ich ein bisschen übertrieben. Wer ist das vor mir? Der Tiger? Ähm, Eli. Eli, Eli. Ne, Niklas. Ne, Niklas macht gar nichts. Ja, super. Mann! Und deswegen bin ich Fan voller Vorhaut. Oh Gott, wie viele. Und gib mir die leckeren Schlüsse. Ein Fan. Rechts, 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 rechts. Und nice, Jungs. Ja, so ein Magnet. Geil. 98 Buletten auf dem Konto. Aha. Oh, uuuh. Ist okay. Wie gebe ich ihm die Bombe mit R2? Und schlagen. Ich will nichts mit der Bombe zu tun haben. Was ist denn das für ein taktischer? Boah, das ist ein Wichser. Wer ist denn das, Munte? Ist das ein Wichser? Roat, Roat. Roat? Ich bin grün, hör auf. Ich bin grün, Roat. Ich weiß, welche Farben alle sind. Alter, unten sind zwei in der Ecke. Wie langweilig, Junge. Ja! Ja! Mann, Digga, es ist doch... Was? Achso. Es geht weiter? Warum wurde ich denn jetzt gekillt? Warum wurde ich denn jetzt gekillt, Digga? Partyboy. Scheiße. Ja, Digga. Ist das dumm, ne? Ist das dumm. Ist das... Guck mal, vielleicht ein putter Idioter Karajus gemerdet. Keiner mobst du. Kleiner mobst du. Kleiner mobst du. Das Problem ist, ich höre das Piepen nicht, Digga. Super ehrlich, ist der doof. Zeig mal hier. Ja, trage das Ding durch, Sidney. Ja, trage das Ding durch, Sidney. Nein! Was war das, du? Das ist schlau. Digga, das sind so ne Sweater die beiden. Bist du das, Roat? Ja. Bei mir die kommt nicht beim Piepen. Bei mir geht's ganz leise. Gefickt, du Wichser! Man, Digga. Es ist ein Geschenk. Nein, Kron ist okay. Und wer denn, der kommt zur Kiste mit dem Geschenk? Kurz, Roat, wer wurde grad wieder letzter? Äh, ähnlich. Absolut. Wir sind beide gleich, wir haben null Pokale. Ich bin dritter, bei mir steht dritter. Nein, ja, du hast einfach nur hundert Schlüssel. Du hast nur Schlüssel. Ich bin dritter, da steht ja nicht aus Spaß, dass du fünfter bist. Nein! Warte, warte, das kann auch ein Minigame sein. Ja! Das ist Minigame. Ja, das, das, Roat, das. Wichtig. Torige Stacheln. Das bin ich nicht. Das ist Monte. Ja, egal. Alles gut. Smokene, Sasa, komm rüber Monte, komm. War nicht so schlau, sag ich dir ehrlich. Doch, alles gut, Digga, alles gut. Aber hart auf hart würde ich eher Roat angreifen, weil Roat in der Nähe ein dichter in der Kiste ist. Und er ist ja derjenige, der als erstes zwei hat. Also wenn ihr was abfeuern wollt, dann auf Roat. Sidney, was hast du denn an Geschenken? Sidney, der Brees. Uuh. Ey, Bruder, Bro, 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 Bro. Das ist sehr stark. Du kannst sogar seinen Laser kriegen. Also Sachen. Mach mal die Taschen auf. Alles gut, Digga. Okay, krass. Zeig mir was, ja. Boah, Vicky, mit nur 43 Münzen. Das ist kacke, ne? Und du brauchst 40, um eine Drohne zu holen. Yes, Baby. Scheiße, frag nur 40. Also Stand jetzt, wenn Monte theoretisch 3 hätte, also wir gehen nach dieser Rangliste, dann wären wenigstens Münzer. Nimm lieber, nimm lieber den Dings, nimm lieber die Abrissbären und mach die auf Roat. Weil Roat ist... Ja, das ist jetzt wirklich ein Scheiße. Das ist jetzt wirklich ein Scheiße. Nein, der Roat ist ja da unten, Digga. Wenn du schlau bist, guck mal, du machst auch mehr Münzen. Guck mal, Eli hat viel mehr Münzen, äh, hier Schlüssel dazu. Du brauchst die Schlüssel. Und soll denn das jetzt? Töte den. Wieso nicht? Das macht gar keinen Sinn, Digga. Sorry. Roat hat nur Scheiße gelabert, Digga. Weil er seinen eigenen Arsch retten will, der Fettsack. Machst du das, Sidney? Ja? Oh mein Gott, ich dachte, das ist Eli, Digga. Okay, nice. Digga, so ein schlafen Sohn, ne? Krass. Eins, zwei, drei. Der kann ja auch im selben Ton bleiben, so als wenn er gar nicht lügen würde, dieser Bastard. Zehn. Meinst du mich oder hast du Spaß? Ja? Na, gar nichts, Digga. Eins, zwei, drei. Eli ist grün. Nein, Sid, Hand ist rum. Boah, ich müsste eine 6 mehr würfeln. Nee, Hand ist wirklich rum. Hast du eine Rakete? Ja. Hörst du mich? Mach. Mach Rakete, ja. Ja. Und Roat teleportieren, ne? Danach kann sich Monte teleportieren. Ja, genau. Monte, auf geht's, Junge. Nee, wer eigentlich macht, danach wird sich Roat mit mir teleportieren, dann hab ich den verschwendet, Digga. Macht keinen Sinn. Bitte eine 6, bitte eine 6, bitte eine 6, bitte eine 6. Eine 2. Eine 2. Rolltreppen, 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 rolltreppen. Mann, Digga. Und noch Schutzgeld an mich. Digga, es ist so einig. Ich hab doch gesagt, eine 2, Digga. Scheiße, Digga, es ist... Wie geht das Spiel? Laufend. Sag nicht. Kannst du jemanden schubsen? Nein. Ja. Fick. Digga, was haben die für eine Abkursung genommen, die beiden? Ja, Digga, das sind so eine Threat da. Nein. Nein. Oh, nö. Oh, nö. Nein. Mann, Digga, ist das so scheiße. Aha. Ja, ist doch kake, Leute. Easy going. Oh, 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 oh. Mein Plan geht auf. Oh mein Gott, Monte. Boah. Ich wusste nicht, dass die ins Wasser gehen. Eli, bist du hinter mir? Ja. Let's go. Mein Plan ist offen. Mann, Digga. Es ist doch scheiße. Wenn man letzter ist, ist man dann quasi als letzter auch dran, ne? Nein. Rohat, Digga, ich werde nicht so doof sein und nicht mich jetzt teleportieren, Digga. Glaubst du, ich bin so doof? Ja, deswegen wollte ich ja hinter dir sein. Ach, Digga, das ist doch scheiße. Kann man, wenn man teleportiert, auch würfeln? Äh, nein. Aber Monte, du gehst jetzt schon auf Eli, oder? Nein, nein, nein. Ach, wenn du teleport... Du darfst nicht würfeln? Nein. Hä? Dann krieg ich noch die Kiste wahrscheinlich. Oder? Ja, kriegst du auch. Außer jeder geht jetzt auf dich. Ja, du kriegst die Kiste, Eli. Endlich deine erste Kiste. Es kann nichts mehr passieren. Außer ich mach eine 4 oder so, ne? Rohat hat irgendeinen Klang. Rohat hat irgendeinen Klang. Ja, ja. Sein Klang ist aufgegangen. Rohat übertreibt nicht. Guck mal. Rolltreppen, rolltreppen, rolltreppen! Ja. Und das ist es! Glück hab ich dich teleportiert, Digga! Glück! Let's go! Freust du dich gerade, Eli? Let's go, City! Rolltreppen, rolltreppen, rolltreppen. Eli, hast du dich gerade gefreut? Das ist doch doof. Eli, der hat jetzt sein Geschenk getroffen, Digga. Das ist so'n Fettsack, Digga! Let's go! Cool, Sydney! Cool, cool, cool! Hä, das ist doch voll dumm, Willi. Du verlierst doch dann auch. Guck mal, du hast Pokale nur. Wir haben beide null Pokale. Aber es ist besser, dass du, dass er den Pokal vor dir bekommt. Hä? Ist doch logisch. Oh, ich hasse dieses Game, Mann. Ja, alles gut. Guck's dir an. Wer ist denn da direkt runtergefallen? Ja. Nein! Wie schnell! Ach, Digga! Ja, Moin! What? Mein komplettes Feld, Alter! Ah! Boah! Hey, guck mal! Rot ist so ein Cheater! Oder ist das Hitman? Nee, nee, das ist Rot. Er steht auf zwei so... Bruder, er hat das Spiel komplett... Was? Digga, er ist der größte Öler. Er steht auf vier gleichzeitig. Guck mal. Das ist dann... Stört! Willi ist direkt letzter. Ich hab gewonnen! Ich hab... Nee, Chat, ich war jetzt zum ersten Mal Eli seinem Platz. Ja, das ist normal. Du bist geschenk gekommen, Digga. Willi wurde overall komplett hinten, ja. Ey, warum? Nein, 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 nein. Eli ist sonst immer fünfter, Chat. Das war jetzt meine Hunde. Aber overall ist Willi auch komplett hinten. Nein, Chat, Eli versteht nicht das mit den Schlüsse. Die bringen ihn grundsätzlich nichts ohne, wenn er keine Kiste hat. Aua. Oh, cool. Kriegst du das? Wieso hast du ein Magnet jetzt bekommen? Das war eben von der Runde. Das ist ja wohl bodenlos, dass er das sofort bekommt, Digga. Warum, Digga? Warum? Warum? Weil ich gerade Bock drauf habe. Oh, Jungs, bleibt mal aber ruhig. Einfach so? Die sind Automaten, Junge. Und direkt gleich gegen Eli, diesen Dummkopf. Warum? Ja, der Gewinner davon kriegt eine Trophäe. Also ist gut, dass ich es nicht nehme. Und warum nehmst du ihn, Roat? Weil er als schlechtes ist. Achso, okay. Das ist ja ehrenlos. Das ist ja ehrenlos. Am Ende gewinnst du mit Lack und kriegst eine Krone. Niklas kann die Kiste bekommen. Ja, so nicht, Digga. Niklas. Niki. Ist egal, wo du gehst. Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden. Ich bin hier, um zu gewinnen. Digga, Salz, Paul. Einfach Schlüsse sammeln. Und diese Dinger verändern sich immer. Und die können auch schlagen. Ihr könnt auch schlagen. Ja, Digga. Du bist ein Schwanz. Ja, Lucin, du Schwichser. Was kann ich? Autsch. Mann, Digga. Hä? Das ist so ein bodenloser Spiel. Was sind denn die ganzen Dinger? Ja, gibt's keine mehr. Jetzt kommt nichts mehr. Das ist alle, alle. Das ist so schlecht, Digga, dieses Spiel. Ich hab 30, Digga. Andererseits weiter, let's go. Vamos! Wichtig. Der hat schon wieder Magnete. Ach, Digga. Wo, wo, wo ist die Kiste? Er muss ne 1, 2, 3, 4, 5 würfeln. Ne 6 muss er würfeln. Also, ich würd sogar Kaktus balten, weil dann kann sich keiner teleporten mit dir. Also, ich würd, ja. Also, Digga, das Spiel kann mir fett einbarnen. Also, real talk. Die zwei. Die klassische zwei. Das hab ich nicht mit einberechnet. Digga, das ist ghostiskrank. Ghostis. Was macht der, was macht das hier? Achso. Bitte, bitte, lieber Elias, fick ihn. Bitte. Digga, Roat, das ist echt scheiße von dir. Nimm dir Munte oder so. Es macht gar keinen Sinn, Digga. Du, Roat, jetzt mal ernsthaft. Du attackierst doch die ganze Zeit. Ey, wieso machst du das in die Mitte? Allein, dass du weak bist die ganze Zeit, macht's denn so. Ey, warum machst du nicht mehr in die Mitte, damit beide hittest? Ja, ne? Das hab ich nicht berechtigt. Ja, ne? So viel kannst du auch nicht auf einmal. Das ist scheiße von dir. Anstatt, dass du das Minigame jetzt mit Elias machst, Digga, um dir den 2. Ich weiß schon, warum ich das mache. Ja, gut. Ab geht's! Oh mein Gott. Er hat ja echt die Kiste. Sidney ist einfach erster, überleg mal. Wer ist auf der 1? Ja, das ist so schlecht. Oh, Baby. Schlecht. Gut, Roat, lass du mich die ganze Zeit aktivierst. Ich hab ne 2 geworfen. Chill mal deinen Arsch, er hat 12 Dings. Ich hab ne 2 geworfen. Wieder auf der 1. Ne 2. Ich bitte dich. War überhaupt nicht drin? Oh Mann. Wo sind die anderen Kiste hier? Oben rum. Oben rum. Da, wo das Glitzer-Teil hin gezeigt hat. Treppenhof. Egal, Elias. 135 Schlüsse ist's. Testen nicht mehr. Welcher Schlüsse zieht mir denn 6 ab? Ich, Bro, ich, Bro. Digga, ich wusste anfangs grad nicht, wo ich bin. Ach, Digga. Ach, Digga, es ist doch eine Scheiße. Oh Gott. Wir bleiben im I-Mod-O-T. Ach, nochmal. Drei Runden, ne, zwei Runden, ne, drei Runden müssen das sein. Langsam verstehst? Langsam, langsam. Da bin ich doch. Langsam verstehst? Okay, jetzt spiel ich mal richtig eine Runde. Ich mach das. Was? Digga, wie soll ich... Digga, was mit meiner Lenkung? Unmöglich. Mach doch jetzt links zu. Ja. Wow. Der Profi, Digga. Ja, Moin. Ja, stirb. Baby. Sag von mir, hä? Achso. Nein. Gib mir die Schlüssel. Yeah. Yeah. Okay, Sidney ist sehr, sehr gefährlich. 55. Let's go. Also wirklich, wir müssen ihn ficken. Weil er hat zwei Trophäen und 55 Schlüssel. Hast du irgendwas, um Sidney zu ficken? Du kannst mich auch wahrstellen, kleiner Wichser, Digga. Was ist denn das jetzt? Du kannst mich auch wahrstellen, kleiner Wichser, Digga. Ha, 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 ha. Der macht Meta. Fick ihn bitte. Eli, du kannst dir eine Krone holen. Fick ihn bitte. Was muss ich machen, was muss ich machen, Digga? Du musst einfach oben auf die andere Seite und nicht ans Auto. Digga, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nach oben, nach oben. Achso, Digga. Ja, Digga, er startet einfach das Spiel. Digga, das ist ehrenlos. Ey, du musst es ready drücken. Hä, bist du doof? Ja, weil ich dachte, dann gehen wir in so ein Zwischenmenü wie vorhin. Ein Fehler von Rohat, Digga, du bist wieder am Start. Ein Fehler nur von ihm. Belief an dich. Gut. Hätte ich das vorher gewusst, ich wüsste, ich hätte vielleicht ne Chance gehabt. Start von Elif. 7-7. 7-7 ist das. Ausgedeckt. Ausgedeckt. Keiner hat gewonnen. Ja. Rohat, du bist so ein Versager, Digga. So ein verfetteter Fettsack, Alter. Geht lieber mit einer Erdrehe rein. So verdient. Karma. Schmeckt dir das? Dieses andere Karma kommt gerade, Digga. Oh, nee, nicht dieses Scheiß. Warum so entweder Werbung zu auf drei drücken? Ihr dreckigen Mixer. Du bist als hätte ich keine Ahnung mehr. Du Fettsack. Du bist so Tudi, Digga. Wo ist der Dummkopf? Ich werde dich ficken. Ich werde dich ficken. Komm her, du Schwanz. Wo ist ein M? Pissen. Ähm. Nein. Er ist Pissen gegangen. Ich muss wo drücken. Ich fick ihn. Was muss ich denn drücken? Ach, ich muss drücken. Ja, da hat jemand Probleme gehabt. Ja, ich werde die ganze Zeit einfach nur gehauen. Nochmal. Neptun! Fick dich. 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 Wie weit geht so eine Orangina? Kann ich das sagen? Ich muss einen. Doch, doch save. Ich habe keinen Spaß, Digga, das darfst du. Hier, 2. Digga, das ist so ein Blasch-Spiel. Ach Digga. Alter, das Spiel ist so dreckig. Ich war noch nie über eine 2. Was hast du, Dummkopf? Ach ja, scheiße. Und hier. Was ist das? Der Redner kommt auch nochmal. Mach mal Emot-Oni raus. Und einfach die, die wegen Wette rumheulen, einfach Time-Moden. So einfach. Ist der doof. Digga, ich hab gefettfingert. Drückt einfach ab. Digga, Montel, wir müssen hier ficken, ne? Wir müssen Sydney ficken. Er hat genug geschickt. Guck mal, wenn er einmal erster wird und ne Kiste bekommt und dann auf Lucky gewinnt... Digga, erstes ist mir nur was von scheißegal, Digga. Ey, weil du ein Schwanz bist, deswegen. Nee, 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 alles gut. Dummkopf. Bruder, du hast acht Geschenke unnötig gewastet, du hättest Niklas schon längst ficken können. Du gehst die ganze Zeit auf Montel. Digga, Schnauze, Mann. Ja, ist so. Bomba bin. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Du gehst immer, wo die Bombe hingeht. Ah, perfekt. Ich dachte, ich kann die nehmen. Ich dachte, ich kann die Bombe nehmen. Also, das ist kacke. Jetzt verstehe ich's. Bruder, wenn man zum ersten Mal dieses Spiel spielt, das ist ja verrückt. Mal Glück, mal hast du Glück, mal hast du Glück. Auf, Spiele ab für das Spiel, ich kenn's nicht. Ich dachte, ich kann die nehmen und kann die irgendwo hin platzieren. Ich versuch die zu nehmen. Fuck. Ich hab mich gefuckt. Fuck. Es kommen Meere unten, ne? Ich glaube ja, oder? Sind so ne Öler. Und bist du jetzt auch ein bisschen persönlich, das Bette hier. Ja, ja, also Jungs, Jungs, egal wie's ausgeht, nicht beleidigen, ne? Ja. Ich krieg dich nur umsohn. Komm her. Dieser kleine Schwanz mit Ohren. Komm her, du Schwanzsohn. Ja, was los? Du bist denn umsohn. Du bist denn umsohn? Du bist denn? Oh, nicht! Und jetzt werde ich erster. Jetzt weiß ich noch, wie's geht. Sicher. Wie kannst du denn die Kisten kaputt machen? Ey, zweiter. Du musst die Bombe nehmen. Da bin doch eine Bombe. Ich hab dann irgendwie Punkte für den Kill? Ja. Ja, 50. Wieso? Wie kann man denn jemanden killen? Okay. Ich bin tot. Ja, Digga. Es ist doch... Ja, was soll ich da machen? Ich konnte nirgendwo hinlaufen. Oh, oh. Ah, gut. Boah. Junge, Hilfe. Ich lasse nicht spielen. Beide. Ja. Noch? Digga, warum kriegt ihr... Ey, ist ohne Sinn. War ganz gut. Jo. Fand ich auch. Ja, nein, nö. Ja, nein. Wurde ihr die Letzte? Yes! Digga, wenn Sidney ein Mal Erster wird, sind wir so gefickt. Nur wegen Monta. Nur wegen Monta. Wenn sich Sidney jetzt teleportieren würde, ne, dürfte er dann noch... Ähm... Okay. Mach dein Ding. Ich bin ein Gaktus. Aber er ist doch noch voll weit weg von dem Ding. Bist du verblödet oder verblödet? Ich wollte weg von dir, das hat nicht geklappt. So, Edi-Galas am Zug, zack, Gegenstand. Magnet, es ist? Ja, Magnet hoch, zu den beiden. Zack, zu den hier? Ja, Vierek. Benutzen. Gib mir alles, was ihr habt. Gib mir alles, was ihr habt. Oh, Teleporter. Teleport oder vom Monte. Gib mir alles, was ihr habt. Kann ich noch irgendwas machen? Ja, würfeln jetzt. Zack, geil. Und die zwei. Geile zwei. Wie weit geht der Magnet? Boah, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Hä? Digga, wo bin ich denn jetzt? Hä? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hä? Es ist spiegelverkehrt. Es ist spiegelverkehrt. Das ist so dumm mit der Anzeige immer am Anfang. Ja, bei mir ist es auch spiegelverkehrt. 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 Es ist spiegelverkehrt. Du dummkopf. Es ist spiegelverkehrt. Es ist spiegelverkehrt. Ja, wir haben es gehört. Oh, nach der zwei, super. Ist es eigentlich spiegelverkehrt? Ich glaube schon. Für alle Leute, die es noch nicht wussten, es ist spiegelverkehrt. Ist es spiegelverkehrt, Bruder? Mann. Ey, die kommt gar nicht drauf klar. Let's go. Alter, cool. Du bist richtig krass, Bro. Du bist richtig heftig. Ja, Filiz sauer. Jetzt habe ich den Bogen drauf. Guck mal, jetzt habe ich den Bogen drauf. Ist noch eine Runde, oder was? Let's go. Ich habe am Anfang wieder nicht gesehen, Digga, welche Startposition ich habe. Digga, ich habe drei Teleports. Ja, du bist krass. Alter. Aber es bringt nichts. Ich werde Rohit gleich so ficken, Digga. Und ich werde dieses Prinzip-Ding machen. Ich werde ihn ficken und nicht Sidney. Er wird so sauer sein. Believe it, Chad. Ich weiß. Ich muss auch mein Items los werden. Ja, Mann. Oh, das wird jetzt stinkig, ne? Das wird stinkig. Wer ist hier noch? Wer ist der Kaktus? Kaktus trifft nichts. Aber der kriegt ihn weg. Oh, wow, 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 wow. Stink dich, stink dich. Stink dich, stink dich. Stink dich. Digga, warum würfelst du denn immer so hoch, Digga? 9, 8. Zit der jetzt schon zwei alte Mal auf mich. Ja. 9, 8. Du musst nur was sagen, wenn du nicht gegen uns spielst. 9, 8. Klar, ich dachte, es hätte auch sein können, dass Eli der andere ist. Ich habe die letzten 17 Male. Das sieht man an den Farben. Ich habe die letzten 17 Male. Mach einfach Auvergine in die Reihen. Was wird das? Ach, du kannst dann mit jemanden abschießen? Wer ist das? Digga, schämst du dich nicht, wenn du rausgehst? Sag mal ehrlich. Oh, oh. Hä? Was passiert hier? Hä? Boah, ist tot. Oh, oh, auf dem Kito. Ja, ich bin schon wieder nach vorne gekommen. Na, gute 2. Schwanz, Digga. Gute 2. It's amazing, Bruder. Die eigene Medizin schmeckt am besten, Bruder. Ja, Boxhandschuhe oder Magnet? Ja, wahrscheinlich auf mich, Digga. Montag hat mehr Schlüsse. Montag hat mehr Schlüsse. Ich habe aber keine 2 Pokale, du Sackgesicht mit Haaren in der Fresse, Alter. Aber wer hat bessere Items? Es ist egal, du kriegst die Items nicht, Digga. Ich habe richtig oft gewonnen. Ich habe richtig gute Items. Ruhig bleiben. Digga Scheiße. Was machst du, Digga? Dann fick ihn doch wenigstens. Die Fresse, Robert! Du quatschst die ganze Sache! Im Kommentator bei FIFA! Fack der mich ab! Was muss ich hier machen? Was soll ich machen, Chad? Aus Prinzip für den Ausraster drückt Niklas jetzt die Schrotflitte in den Kopf, Digga. Vertrau mir, Digga. Was muss ich machen? Das tut auch gut, Digga. Einfach nur mal würfeln. Nein, drück ihm die Schrotflitte ins Gesicht. Aus Prinzip. Vertrau mir, es tut sich gut an, Digga. Monte, Alter. Was geht denn bei dir grad ab? Guck mal, er fickt mich und du gehst auf mich. Und dich jetzt will er auch ficken. Nice, Robert. Der fickt dich? Wir ficken dich auf mich. Ihr versteht hier gar nichts. Digga, ich bin die geringste Konkurrenz. Auf wen? Auf wen? Auf den Rentner! Der hat... Nein, Digga! Auf den Rentner! Auf den Rentner! Auf den Rentner! Mach auf mich! Mach auf mich! Das macht doch am meisten Sinn, oder? Nein, nein. Er hat nur 35. Je näher dran ist, desto mehr damage. Schieß! Ja! Digga, du hast dich gerade von den Haufen Idioten überreden lassen, Digga. Ja, Scheiße! Warte nur! Rechts, rechts, rechts. Der wird zur Piste. Digga, der ist so verloren, Elias. Ich sag dir sowieso. Der ist so verloren, Bruder. Kein Wunder, dass er noch keine Trophäe hat. Was muss ich machen? Sandsturm. Verpiss dich, Junge! Nee, 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 nee. Hier hält wieder nix drin. Der hat wieder aufwachsen. Klaut alles von Montev. Er hat wieder zwei Dings. Digga, ich find nichts. Ich auch noch. Nichts. Nein. Ich hab's nicht bekommen, Bruder. Digga, ist hier überhaupt was? Was ist das, die Kerre? Ah! Digga, das ist noch wie viel das ist. Ich hab den Schatz gefunden! Elias, den goldenen Schatz, Digga. Ich hab nichts. Nicht mal so einen kleinen? Ich auch, lol. Digga. Gibt's hier überhaupt was? Ja, Digga, hier gibt's halt auch. Was ist das denn? Ich bin so ein guter Schatzfinder. Was machst du denn? Dyson. Dyson-Staubsauger. Uah! Ey, die Galle auf der Eins. Fullbeast. Whitepeak. Fullbeast. Was muss ich würfeln? Guck's dir an. Vier! Ne, vier! Wenn ich keine vier würfel, dann raste ich aus. Zwei oder drei. Das ist schon. Nee, nein! Und da ist doch das Ding! Was will der Knecht? Wenfach. Möchtest du für einen geringen Preis von Schlüsseln mit einer Kanone zu einem nahegelegenen... Nein, jetzt mal. Wirklich, das ist scheiß von nichts. Auf Ablehnen, Eli. Auf Ablehnen. Bitte vertrau mir. Ablehnen? Ja. Jetzt musst du bestätigen. Jetzt musst du bestätigen. Jetzt musst du bestätigen. Ignorieren! Ja. Da ist drauf. Und da ist die... Da ist das Diktok-Film! Geil! 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 Und da ist illegal auf der Zwei! Ja! Ja! Sensation. Schwanz, Digga. Schwanz. Digga, alle haben Teleports. Das ist so ein Abgefacke, ne? Ja, ja. Man will sich gar nicht teleportieren, weißt du? Ja, ja. Guck's mir. Gib mir einen Automaten. Geil! 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 Wenn ich dran bin! Das war's, Digga. Digga, das ist... Ich kann's enden! Eli, hast du ein Magnet! Ja. Bitte mach ihn auf... Mach ihn auf Sydney! Er hat das Geschenk nicht bekommen, aber versuch es. Ja, ja. Das reicht, das reicht. Halt einfach nur hin und dann drück, drück Dings, ja. Bin ich... Ist er drinnen? Ja, ja. Reicht, reicht. Weiß ich nicht. Reicht. Reicht, reicht, aber du hast das Ding nicht bekommen. Fuck! Brauche ich nach dem... Nach dem Automaten brauche ich dann Dings? Nein, brauche ich mehr. Ey, Monta, hast du eins. Wir müssen gleich im nächsten Minigame alle auf Sydney gehen. Kannst du mir mal in Schwanzglasen, Digga. Halt doch deine Fresse! Ich will doch jede Woche alle! Ich gönne Sydney's vom Herzen, Digga. Eli, heut noch! I saw music itself. Eh, du Fettsack, Mann! Nein! Es ist wieder spiegelverkehrt. Nein! Ich gebe mal ein paar Humpen. Ja, seht ihr, die erklären die Spiele nicht! Da steht doch alles! Von mir steht nie die Steuerung. Monta, du wirst eh verkacken, du Fettsack. Nee, der Garten. Ich weiß es ganz genau. Wer ist denn Grün? Den ganzen Scheißtag spielt ihr dieses Spiel! Wer ist denn vor mir? Wer ist denn Erster? Hoard. Sinne. Hoard. Bin doch nicht auch umsonst auf der Zwei momentan. Ich hab hier ein Fahrraduell. Ich auch. Ja, wunderbar. Wer ist denn ein Problem? Wer ist denn? Wer ist denn? Runter vom Gas und Reiner. Ey, Monta muss verkacken. Guck mal, das ist nur die Steuerung. Ich hab verkackt. Du bist echt verkackt. Jede Spiel, was ich zweimal spiele. Du musst den Rückwärtsgang erleben. Nimm ein Taxi, lasst euch nach Hause fahren. Aber das ist Quatsch. Aua. Ich bin so knapp hinter ihm, Mann! Das krieg ich doch schon wieder. Jedes Spiel, was zum... Also, ne? Oh, er hat ein Geschenk. Ey, Jungs! Ey, hast du ein Magnet, Monta? Nein, hab ich nicht. Auf wen soll er denn jetzt schon wieder gehen? Ja, auf wen wohl. Auf Sidney, wir brauchen ein Magnet auf Sidney. Wirklich. Zum Ernstens. Wetten wir, Monta bekommt jetzt das Schwanz, Digga. Ja, endlich, Digga. Digga, wie viele Spiele gibt's denn da? Ja, aber ist auch Quatsch eigentlich, Digga. Hart auf hart, so wie es ist. Hast du noch ein Dings? Hast du noch ein Magnet, Willi? Ja, ja. Ich hab alles. Aber ist schon gut. Boah! Boah! Hä, wieso kriegt der die Schlüssel nicht? Weil er Kacklos hat. Als meine sind. Bitte, Eli! Bitte, Eli! Eli, er spielt gegen dich! Ja, wenn ich das verliere. Bitte, Eli! Ja, aber warte, warte. Ist es wieder das Ding? Aber es hätte mehr Sinn gemacht, hättest du das gegen Niklas gemacht, theoretisch gesehen. Warte, noch nicht bereit zu... Warum? Ping-Pong! Lass du den Ball von deinem Paddel... Ist es das, was wir gespielt haben? Ping-Pong! Nein, 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 das ist... Ah, okay, okay, okay. Du siehst es schon. Eli, du bist besser! Du bist besser! Du bist besser! Du bist flinker! Du bist flinker! Du bist flinker als alles andere! Bleib ruhig! Schwierig! 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 Schwieriger Ball! Alles gut! Eli, Zeit, was ich drauf hast, Bruder! Ich traue! Eli, Eli! Mit der Platte! Alles winkelberechnung! Ja, und der wird eklig! Bisschen mit Bande, Bruder! Er ist eklig! Boah! Kriegst du zurück? Oh! Bitte, Eli! Bitte! Oh! Eine gute Berechnung! Ein 0-0 reicht schon! Ein 0-0 reicht! Eli, du bist besser! Du bist viel besser! Das eklig! 0-0 reicht, Eli! Du bist besser als alle Decken! Nein! 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 Eli, GG's! Gut schnell! GG's! Wow! Alles in Tänz, Chad! Alles in Tänz! Ich hätte alles gewonnen! Verdammt, ein Tänz, Digger! Das kann doch nicht sein! Digga, er kriegt ein Geschenk, ne? Das ist so frech! Ey, warum wurde der Bein nicht mal schneller oder so? Digga, die Sensi ist voll schwer! Das Geheimnis in dem Spiel ist, also es ist schwierig, aber du musst viel mehr so anzwirbeln, wenn wir für Stephanie gehen. Das Gold gibt auf mir! Digga, aber wenn du nächste Runde erster bist, dann hast du sie! Und dann kannst du die Dings benutzen und dumm denken! Digga, die Sensi war so, die ist voll schwer! Auf wen? Auf Sedna! Ja, auf Sedna ist der! Ja, ja, ja! Doch mal zurück, zurück! Zurück, zurück! Jetzt, da! Ist daneben! Benutzen! Na ja, vier hat er schon mal! Und lass den mal so rumlaufen, den Dummkopf! Hier gibt's ne vier! Lass anlaufen mich, Genio! Jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment! Jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment! Nach unten! Aber ich könnte doch aufs Geschenk gehen! Und dann... Ja, aber es ist ein weiterer Weg, weil guck mal wie weit die anderen schon vorne sind! Aber ich könnte, ich könnte theoretisch so ein Geschenk bekommen! Digga, du hast eh genug Schlüsse! Geh nach unten! Das rückt dich eh nicht! Und das ist der kürzere Weg! Na gut! Oh, ich bin krass! Selbst erklärt! Wollen wir eine kleine Wette machen? Ja, ich bin vor dir oben! Unter Millionär? Unter Millionär? Vor dir oben, oder? Vor dir, ich bin der Erster! Leck nicht ab, wer 100 Euro kommt! Digga, so krass, wenn man Millionär ist! Oh, warte mal ganz kurz! Mann Digga, wer läuft denn gegen mich? Autsch! Schmutzt Digga! Guck's dir an, guck's dir an, guck's dir an! Digga, ja, das ist aber... Halt! Das ist krass! Da konnte ich gar nichts machen! Guck mal, ein Eimer rausniss Digga! Ich muss aggressiv springen! Ich muss aggressiv springen! Wie weit bist du Rohit? Bist du durchs Loch gekommen? Uah! Ja! Komm! Nehm ich dich! Oh! Bruder, wie willst du denn da durchkommen? Das geht! Es gibt so diese perfekte Linie Digga! Manchmal! Die perfekte Linie... Ich bin gegen den Stuhl! Ich bin gegen den Stuhl! Ich bin gegen den Stuhl! Und das ist die perfekte Linie, die ich habe! Willi, du musst einmal an die Wand springen, für mehr Punkte! Sonst haben die am anderen mehr Punkte! Egal, ist das wieder ein Gefick hier, Mann! Willst du schon mal ein paar, oder? Ne! Bring ihn rüber! Ah! Was für ein Watt, Mann! Ich hätte es geschafft Digga! Ich bin dritter, völlig okay! Digga, bist du ein letzter? Wisst ihr wie schwer dieses Spiel ist, Jet? Hab ich jetzt einen Huni gewonnen, Monte? Ja, ja! Den wir nie sehen, wärst du... Was ist denn der? Du kannst die Subster nicht übernehmen! Ich kann hochgucken! Welche Subster? Wenn ich einmal Glück habe Digga! Komm auf, wir haben gewettet, wer als Erster oben ist! Er war vor mir weiter oben, das ist die Wette gewesen! Ich bin da nicht so... Weil ich weiß, er kriegt das sowieso nie! Okay! Das ist so ein Spaß! Yes! Ignorieren! Eventuell ignorieren! Das ist es! Warte mal, wo bin ich? Dritter! Eine Acht! Ich schwör's dir, Sidney würfelt so hoch die ganze Zeit! Das ist geisteskrank! Und ich guck immer mit zwei rum! Wir müssen gleich Sidney ficken! Das hast du noch gar nicht gesagt! Ich hab' mal Wort! Ich hab' mal Wort! Ich hab' mal Wort! Sidney und ficken! Sidney und ficken! Das sind die meisten genutzten Wörter an diesem Stream hier! Wende dieses präzise Time und deine Kisten zu stapeln, der erste Spieler an der Spitze gewinnt! Ich hab' den Schwanz gemacht, Mann! Digga, wer ist orange? Digga, warum ist Sidney so gut, Mann? Nein! Digga, wie schnell! Digga, ganz kurz! Was macht denn der Grüne da oben? Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Weil ich der Beste bin! Hilfe! Meine Fresse, Jett! Meine Fresse! Du musst mal belieben! Geht's dir gut, Bruder! Digga, wo mach ich meine Hilfe? Foodpiece! Foodpiece! Geschenk! Gut letzter! Guck mal! Eli kriegt ein besseres Geschenk! Digga, das ist so ein Schwanz-Dagger, mein ich, wahr? Ich dachte, ich wurde Erster, hä? Bei mir stand doch halt Erster-Eli stark! Weiß ich nicht! Danke, danke! Oh mein Gott! Was macht er mit seiner Scheiß-Orogine? Ja, er bringt alles nix, Dagger! Krieg's Menge! Hab' ich Kaktus? Boah! Geil! Bruder, krieg ich auch noch mal Wurzahlen, Alter! Mach bitte 14 Schaden! Zack! Und ja! Der Mann macht gleich so viele Schlüssel! Und raus mit den! Und raus mit euch, Jungs, ne? Qualen fischen! Qualen fischen! Ne 8! Oh mein Gott! Bruder macht eben dann viele Schaden! Ne 8! So geil! Oh Gott! Leute! Ihr merkt langsam die Qualität! Wir müssen alle Eli ficken! Wenn er sich gleich teleportet, dann mach ich das halt einfach nochmal! Ich hab drei Stück! Da muss doch auch vor mir dran sein! Ach jetzt bin ich weg? Ja! Okay! Und dann müssen diese Scheiß-Teleports weg! Spawn-trappen! Sehr wichtig! Cool! Oh! Oh! Schlüssel! Ja, ja, Bro! Ach so, okay! We're spawn-trapped! Yes, 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 yes! Unten macht Sinn auch! Du kriegst das dicke Geschenk! Du mein Ziel lang, ne? Also... Was ist dieses dicke Geschenk? Der Automat! Die Kanone! Ist das ein Friedens am Zug? Mit 21 Buletten auf dem Konto? Oh, das ist gut! Oh mein Gott! Das ist sehr, sehr gut! Boah! Bruder hat der auf... Der hat 46 Schlüssel, ne? Wir müssen den wieder ficken! Aber es stinkt! Ey, Jungs, den ficken! Oh! Oh, cool! Noch mal hier ein bisschen Druck! Körpereinsatz! Digga, gleich mach ich irgendwas kaputt! Ihr seid doch Schwänze! Digga, ihr habt eine fettige Pizza, Digga! Digga, ohne Scheiß bei der Kontrolle, aber... Er kann gleich gewinnen, Jungs! Wir müssen... Digga, wer ist denn da freiwillig rausgerollt, Digga? Jetzt hab ich auch noch nie gelebt! Was soll das denn, Digga? Wer ist denn da freiwillig direkt raus? Und jetzt Körper! Und jetzt Körper! Mach alles! Zeig alles, was war's! Ich mach alles an! Er macht so Druck! Er macht so Druck! Bleib stark, Digga! Digga, wer ist denn da freiwillig sofort rausgeflogen, Digga? Das war ich, Digga! Das hab ich noch nie gesehen, Digga! Er ist einfach selber raus, Digga! Ja, Digga! Ich bin richtig gut dabei, ne? Auf der 2! Natürlich auf der 2! Digga! Das war einer meiner schönsten Momente im Hilfeparty, Digga! Jetzt ehrlich! Digga, Monte, das war ich, ne? Das war zu gut, das hab ich noch gar nicht gesehen, Digga! Einfach, einfach freiwillig schon mal wieder schauen, reingehauen! Hast du verwechselt mit einem anderen? Ja, Digga! Ich hab die ganze Zeit auf Blau geschaut und ich war doch, Eli war doch grad im Finale gegen Blau, ne? Und ich hab gedacht, ich hau Eli grad so weg! Und was? Was müssen wir jetzt machen? Jetzt sind wir ficken! Nein, 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 nein! Doch, was? Nein, 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 nein! Wer ist dicht an der Kiste? Du oder er? Du hast euch den Freizeit geschenkt, du dumm Kopf! Und für den Schlüssel! Hat er ein Geschenk? Hat er ein Geschenk? Ja! Wir können ja mal gucken, wie du gleich mit deinen Geschenken attackierst! Was bringt denn das jetzt? Ich hab nichts! Was soll ich machen? Soll ich hier in der Nase popeln? Nur mal würfeln! Ja, dann teleporte ich mich gleich auch! Ich hab nichts, Bruder! Ich kann nichts machen! Lass doch mal wenigstens einmal an einen Strang ziehen! Ach du, der Strang ist schon längst abgelaufen, du verfetteter Fettsack, Digga! Der Strang war vorhin, Digga! Und du hast ihn völlig abgegeben! Ey, Eli, du musst ihn gleich ficken! Wen soll ich denn hier alles ficken, Digga? Ey, du bist ein Hurensohn! Digga, warte mal, warte mal! Oha, du sagst immer, wir müssen ficken, aber fickst nie! Nee, er fickt nämlich das... Und jetzt werden wir nämlich sehen, ob er... Ja, ich werd ihn ficken! Ich werd ihn ficken! Jetzt werden wir sehen, ob er Sitten hier angreift oder nicht! Jetzt werden wir sehen! Nein, wir sitzen hier dran! Eli! Eli! Ey, Magnet! Magnet! Auf Sidney! Auf Sidney! Sidney ficken! Ja! Oder Teleport! Nein, nein! Eli, wenn du schlau denkst, wenn ich gewinne, dann hast du zweiter Platz und dann musst du Willi die Sub sein! Naja, wenn ihr so denkt, dann seid ihr richtig eklige! Ja, dann überweise ich einfach dir jetzt die Dinger und dann kann Eli normal spielen! Nee, mach mal Dings! Mach mal echt! Dann kann Eli normal spielen! Eli! Ja! Wie weit geht das? Ja! Au! Fürs Team! Fürs Team! 25 Kröten, Digga! Alle gehen auf mich! Und ne 9! Okay! Zeig's mir mal, 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 zeig's mir mal! Arrogant an mir vorbei, Digga! Tag, lauf ich da vorbei! Wie im Macher! Ne? Geh mir der Medkit! Hey, wie viele Schlüsse er wieder hat, Mann! Jetzt musst du ihn attackieren! Er hat ein Geschenk, Digga! Ja, ein Geschenk! Oh, Varginia, sehr wichtig! Ach, er hat ein Geschenk! In der Mitte! Nee, mach nur auf ihn! Mach nur auf ihn! Besser! Besser! Nur auf ihn! Direkt in seinen Arschloch! Ist das das gleiche sicher? Ja, ist genau das selbe! Aber er hat immer noch genug Schlüssel! Du musst ihn jetzt attackieren, Roy! Hä? Ja, ja! Ja, damit du auf entspannt deine Kiste bekommst, du Schwanz! Wir wollen mal sehen, was dein Wort an Gewicht hat! Ja, nein, ich mein, warum, warum... Deine Mutter hat Gewicht! Deine Mutter hat Gewicht! Das hat sie, Digga! Ja, aber sie hat auch Ehre, was du nicht hast! Was ist das? Das ist ein scheiß Item, Digga! So, Robert, jetzt zeig mal! Let's roll! Was dein Wort ist! Lässt jetzt deinen Konkurrenten Monte sich die Kiste bekommen! Nee, ist ja noch nicht safe, Digga! Wenn ich jetzt im Minigame hinter ihm bin, dann ist er vor mir dran! So, wir müssen sie hinten ficken! Ja! Äh, Bruder, ich hatte nix so viel! Ich hab' ja nicht ihn auch gefickt! Digga, wenn ich trotzdem irgendwie gewinne, dann ist er vor mir nicht von Wort! Och, nee! Was ist das? Kann ich springen? Kann ich springen?! Ich kann nicht springen! Nein! Kann sich nicht fortbewegen! Wir ficken ja auch jeden Samstagabend aus, wenn er nach Hause kommt! Mann, ja, was ist das denn hier?! Hier, schlendere dich einfach mal rüber! Zack! Der ist doch so weit vorne! Was passiert hier?! Ich, ich... Ich seh mich gar nicht im Bildschirm! Da ist er schon... Nee, doch nicht, doch nicht! Ja, Digga! Nein! Oh, yes! Ich lebe! Oh! Hast du nen Boots von vorne bekommen, oder was? Keine Ahnung! Hast du alleine? Nee! Ah! Satz zwei! Ja, ein Kacktus! Okay, warte mal! Oh, er hat nen Geschenk! Wir müssen ihn ficken! Was? Was? Ich hab' gewonnen! Halt die Fresse! So, Sidney ist der zweite! Nee, Sidney ist der dritte, glaub' ich! Ist der dritte? Willi, hast du irgendwas, um Sidney zu ficken? Mann, Digga, quatsch mich nicht voll! Mach doch auch mal was! Okay, warte! Ich hab' nichts! Ich kann ihn nicht ficken! Aber warum, Digga? Weil ich nix anderes machen kann! Ich kann Sidney eh nicht ficken! Das mach' ich nicht ficken! Und dann ist man direkt Kauen! Nee, klar! Was bringt mir jetzt dieser Zauberstart mal so? Der bespornten Hasen, Digga! Mach einfach, probier! Ja, aber wir bringt den! Aber dann, Monte, dann ist der Kaktus doch besser! Bruder, oder? Ja, theoretisch gesehen... Wenn Sidney jetzt gewinnt, ist wirklich... Mach den Kaktus, ja! Ja, so nicht! Dann bringt er echt nicht, dieser Hase bringt er echt nicht! Geschenk, Geschenk bitte! Kommt so, kommt so oder so, sein Geschenk! Wenn's jetzt kommt, Digga, ich muss so! Ja, hundertprozentig wird's kommen, Digga! Nee, dazu ist heute zu wenig gekommen! Das wird kommen! Aber niemals zwei Geschenke, zwei Wins! Wenn er das Geschenk hat, dann kann er kommen! Ja! Fick's nicht! Jetzt müsst ihr mich nicht mehr ficken! Jetzt lässt mich schon wohl! Jetzt hinten ficken! Nee, nee! Ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst Rorad ficken! Schon die ganze Zeit! Oh! 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 Digga, du bist direkt voller Käse, du Sohn! Was laberst du, Alter? Du Schwanz! Ein Geschenk hat er auch noch! Halt die Schnauze, Digga! Bruder, ich würfel aber auch nur noch Schwanz! Hä, das ist wirklich recht, Digga! Würfel nur noch Schwanz! So, und jetzt gibt's ne Teleportationsrunde! Ja, das hört sich gut an, Digga! Ey, ich teleportier mich dann doch zurück! Nee, wenn er vor dir ist... Aber ich gewinn das Minigame! Ja, das ist Wahrscheinlichkeit nicht so! Ja, wahrscheinlich gewinn das Minigame! Ja, komm, mach! Mach einfach! Mach, Digga! Mach einfach! Sehr gut! Wo ist der Knochen? Und Monti, dass du zu schlimm bist, ist eh klar! Digga, seit vorhin spiel ich nur noch gegen dich! Ich scheiß auf das Spiel, Digga! Ich spiel noch gegen deine Mutter! Guck mal, er kam doch genauso! Es ist doch dasselbe! Ich scheiß auf dich! Bam! Zack! Seid ihr stark! Digga, ich spiel, dass du nicht 20 Subs bekommst! Verstehst du das, meinst du? Und jetzt kommt ein wichtiger Code! Jetzt kommt ein wichtiger Code-Chat! Du hast keine Chance, dass es katastrophal ist! Bruder Eli wird so letzter! Naja, ja! Ich hasse diese Spiele! Jungs! Digga, ich bin schon tot, Digga! Es ist so... Das denn? Guck mal, ist Bond wieder! Kommt noch mal was anderes? Ey! Hat noch ein Leben! Was denn das? Na ja, Digga! Was ist jetzt das denn? Der ist tot! Ja, jetzt auch mal aus dem Spiel! Ja, du ey, Cognon! Guck mal, da muss man nicht springen! Guck mal, guck mal! Das muss ich nicht mal! Oh mein Gott! Was hat der gerade gemacht? Oh! Früher schön! Hat Rond nicht gewonnen? Egal wie! Letzt war! Das erste Mal, dass ich ein Spiel gewonnen habe, Digga! Ehrlich, muss ich sagen! Hat dir jemand auch einen Teleport von den eigentlich? Nee, muss ich nicht, Digga! Muss ich nicht! Warum denn? Ja, weil... Lässt du ihn quasi Kiste? Ja! Wenn ich mich mit Elias jetzt teleportiere, ist Robert danach dran und er teleportiert sich mit mir! Und Elias hat heute... Ja, aber Elias hat heute auch sehr viele Sympathie-Punkte gesammelt und ich gönne ihm oder Sidney mehr den Sieg als den Möchtegern... Ja, oder Willi, aber ist alles so gut! Sehr gut! Nee, wirklich toll! Was? Nee, Bruder! Bei dir, Bruder! Nee jetzt! Heute noch! Nee! Windeln später anziehen wollte, ne? Gute Einstellung! Die wär ich mir anziehen, Digga, wenn ich mir schon vermutlich den Arsch versorgen lassen! Nee, gleich komm ne echt hin, Digga, wenn ich so weitermache! Schau mal jetzt! Schön die Kackwindel anziehen! Ja! Soll ich dir ein Foto davon schicken, Digga? Und du holst jetzt deinen Schmalzer drauf runter? Mach mal besser! Mach mal besser! Mach mal besser! Ein kleiner Perversling, ne? So, Robert! Dann sei mal her! Schlauze! Ja! Alle! Ein Dämon! Hilfe! Digga, ist das Ding schon? Hallo? Digga, was wird denn das jetzt? Digga, hat das Ding nicht toll aus dem Züge oder so? Ja, Digga, das ist einfach schon alle, Digga! So ein Süchtiger! Was macht denn der Hase? Der Teele hat alle, oder was? Was ist denn das? Das hab ich heute angefangen, das sind 1000 Züge, Junge! Hab doch nicht heute 1000 Mal da rein gezogen, Alter! Sidney hat nen Teleporter, oder? Ja! Das ist leer! Komm mit kurzen 9! Eli, hast du nen Teleporter? Ich hab nichts! Wir müssen auf den nächsten Minigame auf Dings gehen, auf Sidney! Ähm, was müssen wir machen? Nächstes Game Sidney ficken! Nächstes Game Sidney ficken! Nächstes Game Sidney ficken! Hast du irgendwie so ne, ähm... Ne, du musst jetzt Erster werden und dann... Guck mal, guck mal, ob du irgendwas hast! Ja genau! Diesen Ball Dings da auf Sidney! Abrissbirne! Abrissbirne auf Sidney! Auf Sidney? Ja, ja, ja! Sidney ficken! Sidney ficken! Und ich sag Willi alles, was er wollte! Eli ist weg! Und kein... Oh mein Gott! Und wie clever bin ich? Ja, bleibt sich die Hände! Warum? Du gewinnst jetzt Willi oder was? Nein! Ich hab quasi zwei Fliegen und drei der Klappe! Aber du hättest ne Dings! Du hättest ne Dings, glaubst! Ja! Und Monte ist gleich auch tot, by the way, von deinem Hasen, Willi! Nee! Der Hase läuft immer am Ende der Runde ein paar Schritte, ne? Und dann killt er alle! Macht er das jetzt schon direkt jetzt, die Runde? Nein, nee! Eli ist jetzt tot! Nur einer? Ich bin tot! Boah! Mann, Digga! Du Nuttenhase! Das ist mein Hase! Was ist denn das für ein Drexhase, Digga? Oh! Och Digga! Ich mute mich kurz bei dem Spiel! Ich muss ja dieses Game! Digga, die Rakete ist ja übelst OP, ne? Ja, die Rakete ist sehr stark, Digga! Ich bin gar nicht an der Kiste! Ey Jungs, wir müssen trotzdem Sydney ficken! Ach, was möchtest du von mir? Wieso, was hat Sydney denn, Digga? Weil wenn er Erste ist und dieses Ding bekommt, dann sind wir auch gefickt! So, so meinst du! Bei den anderen ist ja wenigstens safe! Weißt du? Ich bin sowieso nicht der Erste! Ich bin einmal ganz kurz bei dem Springspieler aus dem Konzept gekommen, weil ich glaube Rohat war das neben mir, einen Fehler gemacht hat! Wir werden sich jetzt teleportiert! Ich, Digga! Digga, er sagt die ganze Zeit, attackiert, dann teleportiert der Fatsack sich! Es ist so ein Versager, Sohn! Ja, weil du auch egozentrisch denkst! Ich hab nix zum attackieren, du Sohn, Digga! Guck doch auf mein verficktes Inventar, Digga! Inventar! Ja, denn er redet die ganze Zeit, seit einer, eineinhalb Stunden erzählt er, Sydney attackiert, Bruder, er, Wallabila, ein einziges Mal ihn attackiert, obwohl er was hat! Digga, der ist so ein Huren, das kann man sich nicht vorstellen! Du kannst nicht teleportieren! Entweder teleportier ich mich oder ich Spawn-Trip-Eli! Mein Chat schreibt Rohat-Ficken! Sympathischer Chat! Digga, wegen dir, Monte! Digga, komm, mach nicht die Karte! Da geht immer nur ein Feld, der Hase, oder? Ne, drei, 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 drei! Dieser verfickte Hase! Und der, der klein, der ist hier! Oder vier, ja! Okay, was kommt? Oh, ne, Bruder, das ist ein Scheißspiel, Mann! Digga, was soll denn das? Geh doch mal rüber zu den anderen, Digga! Du bist dein Notensohn, komm her! Schwanz! Ich find dir recht, Digga! Hey, guck dich an, ist der doof! Nein, Ward, guck mal, guck mal, guck mal, ich hab dir doch gar nichts getan! Ward, bei mir sind 20 Platten! Ich hab dich nicht einmal beleidigt heute! Ich hab dich doch nicht einmal! Mann, Digga! Ey, du hast geschafft, du hast geschafft! Ich wurde erster! Warum? Aber warum sind wir beide jetzt erster? Mach keinen Sinn, Digga! Wenn jetzt... Ah, ne! Doch, der kriegt die Schlüsse da oben, oder? Oder sind das seine? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Sydney ficken! Sydney ficken! Aber jetzt wirklich! Der redet den ganzen Tag davon, Bruder! Das ist doch ein bonus Stück Scheiße, Digga! Aber jetzt wirklich! Ey, ist vor der Kiste! Was soll ich denn sonst sagen, ey? Mach es! Bitte! Es ist schlau, es ist schlau! Es ist schlau! Ja, weil ich der Einzige bin, der mitdenkt! Ich bin nicht mal gut! Ich bin nicht mal gut! Aber guck mal, es ist auch am Ende Glück! Das Geschenk hat bei uns allen viel nicht gegönnt! Das sind so Kleinigkeiten, Digga! Man, Digga, dieser Teil ist Hase! Wie gehört denn der Hase? Willi, bitte wirf in den neuen! Dir, Willi! Ach so! Ich gönne dir! Aber ich will, Willi, dass du es anerkennst! Ich spiele hier nicht dreckig, ne? Also, ich hätte Sydney schon lange gewinnen lassen können! Du könntest auch Sydney noch mit dem Rotfinger abschicken! Du könntest auch Sydney noch mit dem Rotfinger abschicken! Du könntest auch Sydney noch mit dem Rotfinger abschicken! Ja, mit ner Schrotflinte jetzt was auch machen! Ja, ganz so! Das wollen alle von mir! Willi! Ich bin keine Gefahr! Das sind nicht meine Schlüssel! Yes! Geschieht euch so recht! Und das ist die Zwei! Es ist die Basic Zwei! Es ist die Basic Zwei! Keine Zwei, Digga! So, zack! Hopp! Rotficken! Du Sohn einer! Rot wird so gewinnen, ne? Du Sohn einer! Yes! Wecken, Digga! Ich hoffe, deine Welt geht kaputt, du Bastard! Der Hase wird mich gleich ficken, ne? Ich muss das Minigame jetzt gewinnen! Und das Gamer in die Welt! Boah! Bruder, ich hasse dieses Spiel, man! Guck mal, wie Monte campt! Lass ihn ficken! Aus Prinzip! Guck mal, wie er campt! Digga, warum machst du so? Lass doch einfach! Weil du ein Camper bist! Ja und? Mann, Digga! Hast du das beste Elm der Welt? Digga, wie weit er aus hat! Das ist so fremd, Digga! Pickt Rot bitte! Mann, der gewinnt das! Yes! Eli, lass auf Rot! Eli, lass auf Rot! Ihr seid Schwänze! Ja, 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 ja! Ja! Gut, Eli! Du bist ein Magier! Meine Fresse! Ja, das bringt mir gar nichts, Digga! Was bringt mir das? Was bringt mir das? Das bringt mir nichts! Er sagt am Anfang der Runde, alle auf Sidney! Und dann mach ich mal die Taktik alle auf Monte, Digga! Bruder, ich werd ihm im Real Life so ein Ding hauen kappen! Ja, das will ich jetzt! Ich will Monte Magneten machen! Magneten lohnt sich immer, wenn einer neben dir ist! Digga, wir haben so viele Schlüsse! Diese Runde geht so lange, ne? Ich hab, glaub ich, noch nie so lange Pumpe-Party gespielt! Digga, bitte kann mir einer in den Hals scheißen! Oh, Willi! Kann mir bitte mal einer in den Hals scheißen? Okay! Lol! Ach, das ging auf Sidney? Auch mich! Hattest du keinen Teleport mehr? Ne! Ab ins Wasser mit dir! Digga, dieser Hase ist das krasseste, was es auf der ganzen Welt gibt! Kommen wir für eine 2, bitte! Boah! Oh mein Gott, die kann 15 damage machen oder 14! Ein fünftes Leben! Die macht 15, ne? Oh mein Gott! Wirklich! Ich bin die Welt wieder zerstört! Zieh dir deinen Kackbeutel an, ehrlich! Wenn du dir den Magnet auf mich machst, mach ich den Magnet auf dich! Digga, und er zollt, das ist die zweite! Und dir eine 2! Digga! Ja! Und jetzt! Nicht mehr Sidney ficken, sondern Ränder ficken! Hat alles seine Bedeutung! Häh? 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 Häh! Ich glaub ich hab nichts für Monte! Häh? Häh? Häh?! gute frage ich bin am wichtigsten vor der kiste ist alles entspannt so wie lange geht es schon bei dieser kiste da dass ich hier kann man hasen mich auch selber nein 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 der läuft auch immer nur vier felder oder ja aber bei meinen und geht es nicht irgendwann wieder an gar nicht dieses spiel ist so ein großer dreck ich bin ich bin jetzt baby rakete rakete ist sehr gut für ihn wo ist er wo ist er geht nicht so schwer machen was sie machen du kannst machen was du willst ich möchte nur einmal anmerken die ist die größte gefahr gerade die biene als zweiter eine biene ist halt einfach auch so trostlos das ding ist wenn ich mich jetzt teleportieren wir besser dann macht rohadt ich habe kein teleport aber der hause macht hier fährt alle was zum attackieren ich mache so knallhart die abrissbirne da drauf ich glaube ich ja 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 das ist sehr verönt alles muss man aber ich gehe nicht schlafen also die scheißküste auf die uhrzeit der rentner gehen schon schlafen mann ja bei mir geht das wie mir jetzt los was wird das was machte wie deine videos trotzdem sind wir ficken ja aber wir kommen ja du hast den arsch gefickt und unten da drüben und willi jetzt der arsch genommen wird das ist sehr doof hat wirklich eine abgespür hat doch rakete ich wollte gerade sagen hart auf hart macht das keinen sinn aber macht ruhig guck mal ich bin jetzt in pfeifels wird es jetzt in pfeifels fünf genau wenn sydney das minigame jetzt gewinnt oder ist das jetzt dran ist das nicht er du du wie soll es aussprechen sagt du kannst diese aubergine auf montel machen wenn sydney gleich vor mir ist in der runde ja du musst auf ja es gibt nie du musst auf sydney und jetzt auch auf sydney gemessen und ich habe nichts du kannst auch über über dieses diesem boot in der mitte springen wir sollen dass dieser aubergine über dem boot und dann noch mal die schule denn wie springt es mit x bruder wenn du das schaffst es ist sportler zeigt was kann fokus ist so ein scheißhaut und heftig du musst von oben springen von oben du fett sagt das war's komplett er nimmt einfach den weitesten weg von der rechten die einfachen sachen schlau im leben ja aber ihr habt auch scheiße koordiniert dann muss man dazu sagen also ich möchte euch noch daran erinnern wenn sydney jetzt erster wert oder zweiter also dann nimmt er die rakete ist an der kiste ja das das problem ist wir können auch nicht auf ihn gehen wegen links können wir nicht achtung leute ruhrt verwirrt mich einfach verbirren leute denkst du schon an es geht nicht sogar aber auf doch schnauze mann ruhrt hat was im kopf der verwirrt der verwirrt das ist mal jetzt man die spawnt einfach hinter ein ruhrt hat die kiste oder ich will dass die runde aufhört digga ich habe ja wirklich auch kein ruhrt und rohrt holt sich jetzt die kiste völlig gewinnt er sich am ende mit rohrt das ganze ding hier holen die schlüsse der thema wechsel rohrt ficken oder was ich geb rohrt keine gifts ab du hast noch nie deine schulden gezeigt obwohl meist du holt digga ich hab dir das kannst du auch noch selbst gar nichts sind eigentlich 500 euro in meine tausend euro vom operat verbindung leck mutter schreibt das mal auf digga was war mal auf was denn die klassische drei ist das ein drecks game wieso gehst du nicht nach oben ja so ein fett sack ich gebe ein call rohrt wird das ganze ding hier gewinnen natürlich gewinnt er außerdem geht auf rohrt ich hab jetzt mal was gelassen er ist deine mutter irgendwie eine prostituierte was machst du da warum ist elie so gut warum ist elie so gut ich hab so einen ruhigen zeigefinger ne ich bin maximum kacke ne ah ich bin so mein gehirn kommt nicht mit machen ich hab das gefühl wenn ich ich drücke das ist der schlimme ich bin der beste finde ich schon wieder ein letzter warum hat sydney 200 punkte ich ja ach weil du weniger versuche gebraucht haben nein das ist montelmann ach so egal ich habe es nicht ich habe ein geschenk warum warum ich das meine ich jetzt vollkommen ernstiger noch einmal sagst ich bin durfte gar wohl noch vielleicht setzt mich ins auto kommt zu dir nach hause digga und fick deinen arsch das wohl einfach so sitzen lassen er weiß nicht wo ich wohne der dummkopf der hat gerade gesagt das krass das krass was macht am meisten sinn hier worte ja wie lange geht die scheiße hier nimm die auvergine und fahr da hoch ja dann weil du dann auch gefickt auvergine oder ja eins von beiden wie du bock hast und fahr da hoch fahr da hoch deine schuld sind nicht sag ich nur so lass ich liegen du kannst auch direkt rücken dann explodiert es schon macht was damit jungs oh er zieht beide kann doch einen kill jetzt oh ich spring direkt daneben oh fuck off board man scheiße ich werde eigentlich auf eli du hast einen eli für geschenke ich bin ein guter man war doof fuck nice wie oft willst du doch auf mich gehen was willst du von mir ich muss auf ihn gehen du hast nicht mal getroffen ja ich weiß dass ich getroffen habe weil ich hätte ich muss versuchen was wenn der erste wird und ein ding bekommt ein teleporter oder was wenn du erster wird und ein ding bekommst ja soll ich mich selber ficken oder was aber die schrubte hat ja noch nichts daran geändert digger hä ja wie ruhig wird dass ich die kiste hier du triffst doch nicht billi hat die zwei hä wie entspannt einer hat den auf dem schirm und billi auf der 1 ja weil roe hat die ganze zeit scheiße labert vom wesentlichen ab du laberst scheiße du dummkopf deine mutter labert scheiße digger guck mal ich bin immer in der mitte so richtig dumm ich kann nie was holen dein letzter ist digger warte ist noch am nächsten durch ran wie lange dauert denn so eine runde eigentlich ja naja naja oh let's go ne stunde vielleicht ach digger scheiß drauf man digger 97 homerun ach das ding ist so durch man tausend punkte so gut boh quatsch 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 oh oh die erste und äh die zweite platz fickt mich die ganze zeit in den arsch deck ab und er kriegt auch noch das geschenk glaub ich Ich bin auch wirklich an dem Punkt, wo ich keinen Bock mehr auf die Runde hab, weil sie sich einfach so unnötig in die Länge zieht. Aber warte mal, da ist mein Hase. Wenn er jetzt niedrig ist... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ihr kleinen, dreckigen Staken-Effekt. So'n Schmutz, Digga. Der hat so die ekligen Psycho-Spielchen gespielt. Er wird niemals im Leben nur ansatzweise einen Cent sehen. Ciao, ciao. Oder so maximal als gebrochen, Digga. Kuss, kuss. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Kuss. Malone sacrificieren. Ich bin auch 54 ... Malone DevOps слишком viel auf Cada 영 implemented und wir, wie viel today ist es euch gut ging. Es ist ein Decke. Es ist Primary uno.